Ey Leute, ich mach zwar eigentlich grad ne Pause Doch weil man mich net froh, komm ich jetzt zum Test nach Hause Ey Leute, ich freu mich wirklich sehr Auf TV Noir, weil ich dann noch nie war Außer dich hab ich noch dabei Die großartige Charlotte Brandy Wer kennt sie nicht? Also Johannes Strankowski featuring Charlotte Brandy am 24.06. bei Tiffanoir Im Heimathafen Berlin